Hallo meine Lieben, weiter geht's mit Grounded, mit einer neuen Folge. Und wisst ihr, was ich gerade so gemerkt habe? Ich glaube, entweder irgendjemand hat mir das geklaut, eine Ameise oder so, oder es ist despawned. Hier lag doch so ein Holzding. Das ist weg. Müssen wir uns ein neues holen. Mach ich aber nicht jetzt. Mach ich dann, wenn wir zurückkommen. Jetzt, ähm, geh ich weiter. Und zwar, hab ich was zu essen? Ich hab nur noch den Grub, ne? Ich möcht mir gerne gerade... Ach nee, wir haben ja auch die... Wir haben ja auch die Qualis. Die vergesse ich jedes Mal. Nimm mal. Vielleicht fackelt weg, ich brauche es für den Wasser, ne? So. Sind hier... Sind wahrscheinlich keine da, wo ich welche brauche. Sind wirklich keine da. Hier drüben sind aber welche. Dann muss ich hier nur kurz Luft holen, dann bin ich rübertaucht. Jetzt, wo man welche braucht, sind keine da, ne? Sonst hängen sie immer drüben rum. Ich bin jetzt weit drunter. Nicht so weit drunter. Ich hab doch nicht so viel Atem. Ich hab doch nicht so viel Atem. Ach, denen will man eigentlich gar nichts tun. Die sind so süß. Bleib bloß da hinten, bitte. Oh Gott. Aber ich glaube, die haben sie langsamer gemacht, oder? Die waren mal schneller. Das macht zum Beispiel gleich wieder Burp. Nee, noch nicht. So, jetzt reicht's aber. Oh, wie der Schwanz da abgeht. Warum machen die sowas? Sind die nicht einfach... Die Swade hier waren noch Rotz... Äh, Rotz. Rosenwachs. Nicht Rotzwachs. Die Rosenwachs. Guck mich jetzt auf Rotz. Rotzwachs. Rotzwachs. Hier war auch noch Rotzwachs. Ich meine, diese Dinger konnten wir zwar auch schnabulieren, diese... Äh, Dings ist hier. Nee, hier nicht. Die hier. Aber die bringen nicht so viel. Und die brauchen wir ja auch für die... Smoothie. Brauchen wir die nicht schon für diese Öko-Dinge? Sollte ich mir noch welche machen und die holen? Öko-Power. Was? Was? Hä? Ja, Dinge. Gleich meckert. Meiner Wegen ist der Rohstoff. Mhm. Das hab ich gemeint. Gleich. Oh, hier ist viel Rotzwachs. Warte. 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 Ich weiß nicht, ob ich von dem restlichen Säug genug hab für die Schmusis. Hallo? Irgendeine Spinne? Oho. Nee. Euch lasse ich jetzt erst mal, solange ich euch nicht mehr brauch. In Frieden. Ich hab meine zwei Köpfe. Wie viele Mariengelder musste ich dafür töten? Sechs? Sieben? Keine Ahnung. Weiß gar nicht mehr. So. Pass mal auf. Genau. So viel Platz hab ich nämlich gar nicht. Und so viel Platz hab ich nicht im Eltern. Mach das mal hier rein. So. Oh Gott, sind die riesig. Ähm, 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 Schmusi. Was war das nochmal? Genügsam? Oh, was ist denn Kamel? Genügsam. Also. Kamel wahrscheinlich. Ähm. Ähm, weniger Wasserverbrauch und genügsam. Äh, hat nicht so schnell Hunger. Das wär halt cool, ne? Wollen wir das mal testen? Spinfang, Larvenstachel, rote, rote Ameisenmandibel. Einmal können wir das machen. Das ist gut. Schleppkapazität können wir eventuell, wenn wir bauen, den nehmen. Passen Sie mal auf. Ja. Passen Sie mal auf. Da hab ich natürlich keinen Platz für das Zeugs. Du mal das Spoily da raus. Ah, nein. Moment, wie viel nimmst du mit? Du nimmst auf jeden Fall zehn mit. Wegen einem. Ne, dann nimm elf mit. So. Eigentlich alles, ne? Ne Maske könnten wir uns mal machen. Ich könnte noch ein paar Spinnfäden reinmachen, wenn wir schon weg sind. Ach, das tut nur welche rein, wenn bei den fertigen nichts drin ist. So. Was brauche ich für das nochmal zum Reparieren? Ach, Quazit, okay. Sollten wir dann wirklich dringend tun. Ja. Das ist ziemlich gut. Wirklich, wirklich dringend. Ne, das passt, glaube ich, schon, ja. Pfeile hab ich. Nein, Pfeile. Ich trau mir ja nicht. So. Ich, äh, überlege aber gerade, eventuell lasse ich so ein Ding da, falls ich tatsächlich, ähm, falls ich tatsächlich Bärenleder mitbringe, dann brauchen wir ja Platz für die Bären. Aber die haben doch früher mal höher gesteckt alles, oder? Haben die nicht bis zehn immer gesteckt? Jetzt ist ja nur noch bis, was haben wir denn? Hinten haben wir ja erzählt, wir könnten ja zur Not hinten schlafen. Ne, das machen wir nicht mehr, wir haben's jetzt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Hm, Spadenschlucht? Nee, warte mal. Lass mich mal gucken. Die laufen erst mal hier, so. Oh Gott, hast du mich jetzt so schocken? Meine Nerven, du kannst sowas nicht mit mir machen. Das Wunder, was ich jetzt schon wieder da habe. Ich kann das Geräusch gerade nicht. Oh. Meine Güte. Ist auch ein Tropfen, da komm ich aber jetzt so Leichnete. Nee, nee. Hey. Hallo. Was macht ihr denn hier mit dem armen Käser? Hallo. Die andere war hier, ne? War ganz schön bodennah. So, pass auf. Oh, meine Pusteblume ist mal kaputt. Mit der darf ich nix nachmachen. Ich müsste mir wieder neue holen. Ähm, was wollte ich gucken? Achso, Karte. So, hier bin ich jetzt. Hier bin ich. Oh, wenn du siehst, hier ist der Baum oder der Hall des Labors, ne? Und die Wurzeln gehen bis daher. Wahnsinn. Ähm. Also Spaten wäre hier. Da wollen wir was in der Richtung. Nee. Wir brauchen... Ist der vorne noch... Ist der schon wieder nachgewachsen mit der Pusteblume da vorne? Ich bräuchte eine Pusteblume. Ich hätte die mitnehmen sollen, die bei uns drin liegt. Ich sehe gar keine Pusteblume. Da schläft ein Marien. Hier ist eine bei ihm. Oh. Der ist so friedlich. Der ist so friedlich. No. Oh oh. Darf ich dir den da kurz umhauen? Vorsicht! Da hinten eine Hüfte wieder. So. Bombardierkäfer... Hier ist mein Zelt. Der Rehsporn. So, du! Interessiert sich noch überhaupt nicht für mich. Der Rehsporn. 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 Habe ich den letztens gemacht? Oh, das sind auch diese roten Dinge wieder. Nett, was machst du denn? Wollt grad meinen. Wollt grad meinen. Hey, und wir haben doch gesagt, da unten ist so eine Höhle. Da können wir doch hingehen, oder? Hast du eine Kochgrüße? Ja. Hat er. Geil. Das finde ich aber super lieb von dir. Darf ich kurz mal bei dem Wegpunkt, den wir hier gesetzt haben, oder den wir setzen, setzen haben müssen? Ach, ihr wisst, was ich mein. Ähm. Geht da irgendwas nach einer Höhle aus, oder so? Das ist ja dieses Lager, oder irgendwas so, ne? Hm. Ach, da brauchen wir jetzt halt auch schon neuer Ding, so ein Ding. Siehste, dafür brauchen wir die. Die haben das zugemacht. Da kommen wir nicht mehr so rein. So einfach. Dafür brauchen wir das. Ja. Da kommen wir noch nicht rein. Äh. Lass mich kurz mal gucken. Mh. Mh. Lass mich kurz mal hier oben auf den Stein. Was? Wer schmeißt die? Ha? Was ist das? So, pass mal auf. Insektenhammer. Eine Kopfdrüse. Lass mich kurz mal... Ist die hier schon drin, wenn ich sie nur gefunden habe, oder erst wenn ich sie auch analysiert habe? Die ist auch drin. Insektenhammer. Ausgeschaffte Bombardierkäfer und noch zwei weitere Sachen, die ich noch nicht habe. Ey. Okay. Aber wichtig war mir jetzt halt erstmal... Äh. Den Bogen haben wir, äh, die Axt haben wir. Den Hammer können wir dann machen, wenn wir Bärenleder haben. Und für die Rüstung brauchen wir hier nur noch Bärenleder. Und Bärenleder. Und Bärenleder. Alles klar. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel Bärenleder wir brauchen, weil... Äh. Gehen wir hin? Ich würde sagen, wir laufen hier hoch, oder? Und dann hier rüber. Ist am leichtesten, glaube ich. Zumindest... Ähm. Hinten kommt wieder so ein Ding. Wo ist meine Markierung? Hier? Ist das die? Nee. So. Stimmt, da hinten ist die Hecke. Hm. Ja, gut. Dann... Ab dafür. Hinten haben wir auch ein... Hinten haben wir auch ein Zelt. Hinten sind aber auch wieder diese... At least it's clean. Hinten sind aber auch wieder diese... Piepigen... Diese piepigen... Strechmücken. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Oh. Oh. Habe ich die hier schon? Die habe ich noch nicht, oder? Seit wann ist denn hier ne Forschungsteam? Wieso heißen die Samtmilbe? Die haben doch einen komplett falschen Namen. Für ihre Nervigkeit. Die sollten irgendwie Nervmilbe oder so heißen. Wie kriegst du die dich immer von hinten in den Po? Oh Gott. Achso, Sperrwerfer. Ich kann gerade nichts anschauen. Ich bin unter Stress. Eine Spinne? Ach nee, das ist so ein Krabbelzeug. Das ist so ein Ding, wo ich meine. So ein Stechmücken-Onkel. Gott, lauter Stechmücken. Also wenn wir Stechmücken farmen müssen, ne? Hier. Habt Spaß. Aber hier war doch irgendwo eine Spinne, oder? Da erinnere ich mich davon. Wo bin ich denn? Ne, hier war keine Spinne. Wo sind diese Dinger hier? Wollen wir einfach durchrennen? Oh. Also ich meine, wir können eigentlich vor so ziemlich jedem Ding wegrennen, außer diesen, außer natürlich Wolfsspinnen, logisch. Und Stechmücken, wenn wir nicht tauchen können. Und noch ist keine hinter uns? Ich meine, hier wäre voll ein schöner Ort, ne? Aber das sind ja solche Glühwürmchen. Aber ich weiß nicht, ob die Glühwürmchen auch böse sind. Das wäre eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich es testen will. Wenn ich ehrlich bin. Aber hier war ja auch immer so ein... Äh, ähm, Dings, so'n, so'n, so'n. Der hat mich ja letztens zu Tode erschrocken. Hier buddelt was. Ist die eine da schon wieder nachgespawnt? Ja. Lass mich erst mal kurz zu meinem... Hier hatte ich das. Respawn. Die machen wir jetzt kurz noch. Bis es dann, als habe ich das weggemacht, dafür habe ich eigentlich keinen Platz. Maxx Zimmer. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal. Äh. Hallo? Gibt es mal... Ne, 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 ne. Du musst schon... Du musst schon... Hier, so ungefähr. Wie viel Bärenleder ist nochmal so'n Ding? Drei? Ja, ich meine, wir können das ja... Ach, da brauchen wir die Werkbank, ne? Als hätte ich gesagt, machen wir das gleich, dann haben wir mehr Platz, aber dazu brauchen wir die Werkbank. Er würde aber lieben gerne vorher schlafen. Weil... Ähm, ähm, ähm. Bin da jetzt schon voll. Hm. Ich würde das normalerweise essen. Ich musste auf jeden Fall was wegmachen dann. Oh, nein. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. So. Ich muss kurz mal gucken. Zeit läuft ja weiter. Äh. Das kannst du essen. Das kannst du noch essen. Das ist dein Trinken. Die brauchst du unbedingt. Hm. Zur Not könnte man das hier weg tun, die vier weg tun und das da weg tun. Das ist nicht so gut. Zur Not. Wie gesagt. Jetzt muss ich gucken, eventuell kann ich da oben welche runterschießen. Das haben wir ja auch mal gemacht, immer, ne? Dann muss ich aber in diese Perspektive. Und nicht von hier. Nicht von da. Komm ich hier? Nee, hier ist so ein Ding. Was sagst du? Schrei. Look. Die platschen doch so schön auf, ne? Äh. Das andere ist da unten reingeplatscht. Was haben wir, die umgekehrt? Was haben wir hier? Oh, es war sogar vier. Sehr cool. Manchmal geben sie vier. Das stimmt, ja. Wie hier kommt was. Was? 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 Der fällt in ein Ding neiner. Und der glaube ich auch. Ja, die fallen in das Ding rein. Seht ihr noch irgendwas? Was ist denn das da hinten? Oh, das ist ein Ding. Oh Ich hör schon wieder was. So, jetzt neben mir? Irgendwas hatte ich gehört, glaube ich. Nein. Wieso ist die Musik so wie sie ist? Sehr furchtbar. Jetzt nochmal. Bitte bleibt noch ein bisschen weg, Pixie-Ding. Alles gut. Gut. Ja, das war alles. Da oben ist eine Spinne. Hier war doch auch immer irgendwo eine Wolfsspinne. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig. Wo du bist, kann doch eigentlich gar nichts böse sein, oder? Wo geht's denn hier eigentlich hoch? Da vorne, oder? Bin hier vollkommen orientierungslos gerade. Hi. Okay. Okay. Ich will nur kurz in Sicherheit sein. Weil ich kurz mal rechnen muss. Weil ich kurz mal rechnen muss. Will doch rechnen. Ja. Kann ich das forschen? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tier 3 kommt hier, ne? Vielleicht sind das auch Materialien von den neuen Tieren. Es gibt ja neue Tiere. Ja, äh, die im Sandkasten zum Beispiel auch. Hm. So, warte mal. Wir brauchen für die Rüstung ein 3, 7, 11, 15, Boah, das ist gar nicht so viel. 45, oder? 10, 20, 30. Okay, pass mal auf. Dann verschrottel mal den. Verschrottel mal sie hier. Kannst du essen. Du hast zwar noch nicht viel Hunger, aber... Ja, ja. Also, so gesehen noch einen ganzen Stapel. 10 Stück. 10 Hälften. Die sind richtig gerechnet. Oh, die war jetzt auch schon so aufgeplatzt. Hier waren aber... Hier war... Hier war irgendwie alles. Hier waren immer diese Radspinnen. Radnetzspinnen. Hier waren Bombardierkäfer. Ähm... Larven. Hier gibt's was zu futtern. Aber für das habe ich keinen Platz gerade. Hier sind die Larven, ja. Können wir eigentlich hier oben was machen? Bei dem Schlauch? Wir können ja 50 von denen mitnehmen. Daran soll sie nicht scheitern. Wir haben ja die... Hör auf, bitte. Findest du witzig. Ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Und ich habe hier Angst in der Hecke. Bei allem wird es auch immer so dunkel. Und ich glaube, ich wechsle wirklich mal den Charakter um zu sehen, wie die anderen mal... so sind. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt machen kann. Oder ob du das nur machen kannst, wenn du... gestorben bist. Wenn da immer steht... Katine wechseln. Einfach mal, um zu sehen, was die anderen so von sich geben, wenn wir... Wenn man irgendwas macht oder so. Fände ich cool. Ist ein Stein eingesammelt? Nee. Eine noch, dann hätten wir es schon, ne? Aber ich meine... Tatsch. Macht mich nervös, dass hier so rein gar nichts ist. Ich höre das Brumm-Ding schon wieder. So. Wie viele haben wir jetzt? 10, 20, 30, 40, 50, 51. Können wir ja Richtung hier vorne markieren. Warte mal hier. Und die komme ich, glaube ich, nicht. Doch. Nee. Die hängt auf den Ast. Ich weiß, dass ich da zwei Pfeile verschwende. Aber das ist mir jetzt... Hallo. Ich bin jetzt egal. Wie will die haben? Also Pfeile verschwende in dem Sinn, dass ich... nie mehr kriege. Warte mal. Das sieht cool aus. Hier ist das Bild. Kommt irgendwas? Ich glaube, wenn ich gerade wüsste, was hier so um mich rumschleicht... wäre ich nicht mehr so durch. Und hier waren eigentlich noch zwei Bombardier eher. Aber muss ich die jetzt machen? Ich glaube, ich muss die nicht machen. Muss ich eigentlich schon, weil... Ich brauche für das... Äh... Äh... Wie heißt das? Dürr-Dörr-Gestell oder sowas? Und brauche ich Bombardierpaar. Das sind aber auch diese kleinen... Uff. Warte mal kurz. Hier hoch komme ich noch. Ich glaube, ich komme vielleicht hier hoch. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Dass du hierher dingsen kannst, ist mir schon klar. Du bist es, oder? Ich denke, ich muss meinen Borges schossen haben. ein 3 da hinten du bist ein bisschen falsch oder gildet er eigentlich nur ich will ihn jetzt mal kurz nehmen ich weiß nicht ob er nur für einen fernangriff äh für nah gilt aber ich will ihn jetzt mal nehmen hey wo seid ihr jetzt das ist nicht fair ihr habt schon so viele Pfeile abgekommen seid ihr weg da hinten sind sie ich glaube jetzt parkt sie ein bisschen bei euch bei ihm sind es 3 zusammen die kann ich niemals mit dem Ding machen mit der Keule weil so viel so viel Ding hab ich gar nicht so viel Blockding dass ich die wirklich alle blocken könnte gleichzeitig wisst ihr ey glaubst du es kleiner Möp vor allem verdonnere ich jetzt gerade meine ganzen Pfeile verdammt verdammt nein 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 ich hab gar den mehr verdammt 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 Oh Ja Wollte ein schönes Foto machen Das Ding ist wenn du immer schießt Wenn du immer schießt Dann hast du immer kein Ding mehr Jetzt haben wir noch mehr Um wegzulaufen Beziehungsweise halt Auszuweichen Das Faden wollte ich jetzt gar nichts sehen Ey Ach man verdammt Ich hab das nicht aufgepasst Oh das war ich aber voll Ist gestorben Bin ich da hinten Okay Bin gleich da Ich bin sofort da Hatte ich weniger Leben Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst Oh Gott hier ist eine Spinne Wir gehen durchs Wasser Okay Weil ich glaube nicht dass Ähm Hier schneicht was Hier eine Wolfsspinne Ich hab was schneichen hören Aber was ganz laut Schneichen hören Geh durchs Wasser Oh Ja aber bitte nicht an dem Blatt hängen bleiben So Gott sei Dank ist es hier nicht so weit Zwei Stück haben wir Das ist gut Hier schneicht doch auch was Ich hör dauernd schneichen Wieso höre ich dauernd schneichen Wieso höre ich dauernd schneichen Hinten ist so ein Stechding Und war hier nicht irgendwo eine Spinne auch Hallo 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 Hier ist auch ein Fall Ah Du siehst nach einer Spinne aus Ich würde gerne Ne ich kann mit euch jetzt grad nicht spielen Ich kann mit euch jetzt grad nicht spielen Ich kann mit euch jetzt grad nicht spielen weil Ich hab nichts zum Spielen gerade Ich hab nichts zum Spielen gerade Aber jetzt müsst ihr mit runter kommen weil ich hab hier oben keine Möglichkeit euch berghoch zu stecken Ab Haben die überall meine Pfeile welche hemg jer景 getragen oder habe ich so komisch geschossen Die fliegen auch manchmal irgendwo hinques Das ist klar, aber wo wolltest du hinspringen? Oh, aber es wird dunkel. Ich bin in der Hecke. Wollen wir den letzten noch machen? Ich mein, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wo ist denn der hin? Da hinten ist er. Wer klimmt hier irgendwie? Also noch klimmen, dann nachher wieder nicht mehr klimmen. Er klemmt immer nur so lange, bis du was machen willst. Na, hier kommen wir nicht so hoch. Hoffentlich ist hier jetzt nix, wenn ich hier rumrenne. Hier klemmt er. Hier klemmt er. Alles klar. Also SchleCK. Geht durch. Hier Sprecher! Jetzt, ich will den jetztieren. Davor! Ich bin jetzt Nils. Ich bin jetzt hiermit. Ich bin jetzt hier mit dem Ange. Ich mache es doch etwas. Ich bin jetzt hier mit den Geschmack. Jetzt habe ich mein Fadenkreuz gar nicht gesehen. Komm her. Hallo? Au. Ich dachte, ich kann auch schießen. Komm her. Ich sehe manchmal mein Fadenkreuz nicht. Na klar, eigentlich müsstest du nur gucken, wo die Mitte des Bildschirms ist, ne? Aber eigentlich, eigentlich. Eigentlich. Ich muss vielleicht gucken, ob ich... ...überhaupt so viel Platz hatte für die ganzen Parts. Aber wenn nicht, würden sie ja hier noch irgendwo rumliegen, ne? Äh... Da haben wir, da haben wir... ...die haben wir auch komplett. Da haben wir, oder? Ich glaube, wir haben neun Parts und drei Drüsen. Äh, 60 von dem Bärenleder. Und 13 von denen müsste okay sein. Hatten wir noch was vor? Ach, die Wolfspinne wollte ich gucken. Wo war denn die? Die war hier irgendwo, oder? Die war irgendwo hier. Hm... Die Pfeile habe ich noch. 105. Das wird immer weniger. Hatte ja vorhin welche nachgel... Oh, da war sie... Wo war die hier? Das Problem ist... Es ist jetzt schon... Ähm... Äh... Wenn sie nicht zu Hause ist... Sie geht auf Wunderschaft. Wahahahaha... Hier ist auch eine... Wenn sie nicht schläft, muss sie wo sein. Und wenn sie nicht schläft... Ist das sehr böse? Weil dann... Dreift sie hier rum? Das ist nicht gut. Hallo? Hallo? Kann ich irgendwas machen? Nee, ne? Ich glaube, ich beende mal die Folge hier. Oh Gott, hast du mich zerschrocken. Du warst zu nah. Okay. Euch brauche ich gerade noch jetzt. Der war jetzt so nah. Hat er mich zerschrocken. Mehr als alles andere. Hammer. Euch brauche ich jetzt ja gerade noch. Dann würde ich sagen... Oder baue ich mir hier schnell so ein Ding auf? Ich habe keine... Doch, hier sind Blätter. Wisst ihr was? Schau mir hier... Ich habe auf der ganzen Map, glaube ich, bald so Zelte stehen. Weil hier könnte man ja nirgends schlafen, oder? Meine Güte. Oh, da wollen wir es oben hinstellen. Warte, hier ging es gerade, ne? Irgendwo. Irgendwo ging es gerade. Hier hinten geht's. Ja, ging es doch gerade. Und drei Kleeblatt, zwei Sprössling. Kann ich noch nehmen? Ja, ich habe ja was gegessen. Stimmt. Ein drei Kleeblatt. Dann warte ich nämlich jetzt hier und schlafe dann die Nacht, damit ich die Wolfspinne machen kann. Äh. Würde aber ganz ehrlich... Jetzt auch hier... Hier oben bauen können. Weißt du was? Oh Gott, hier ist eine Höhle. Kann es sein, dass hier auch ne... Ne Spinnenhöhle ist? Ja! Oh no. Warte kurz. Weil, wenn Wolfgang hier nachts unten... Ach, hier ist... Hier sind, äh... Auch welche. Wenn Wolf... Oh Gott, hier ist noch ein Wolfgang. Oder ist das... Ist das der Wolfgang? Hallo. Kann ich jetzt nicht mitnehmen? Kann ich schon mitnehmen? Ich muss die aber gleich wieder rausschmeißen, weil... Ich habe keinen Platz mehr für... Die... Die... Nehme ich dann mit? Kann ich die rausschmeißen? Oh. Wolfgang... Der Wolfgang, der gerade hier war, bist du vorbeigelaufen? Ich würde nämlich, wenn ich jetzt schon hier bin, ihn sehr gerne mitmachen wollen. Das wäre sonst jetzt echt schade. Nur... Jetzt schläft er nicht. Jetzt ist er nämlich unterwegs. Deswegen kann ich den jetzt nicht machen. Deswegen würde ich jetzt einfach warten. Habt ihr es gehört? Ich weiß nicht, ob das Wolfgang oder eine andere Spinne war. Das war Wolfgang. Mann. Why? Beine gleich. Worgst du mir... Da. Warum hat er es leider nicht hoch? Und ich kenne die... Ich kenne die Route von Wolfgang leider nicht. Ich kenne die Route von Wolfgang leider nicht. Wenn es hier noch ein Wolfgang ist. Ich dachte, es war dieser eine Wolfgang. Wir machen erst mal... Respawn. Ich kenne Wolfgangs Route nicht. Ich kam da halt jetzt auch gerade nicht hoch. In der Panik. Der kommt, glaube ich, wieder. Wolfgang kommt wieder. Ich habe ihn gehört. Ja, da unten ist er. Der läuft zurück. Der läuft zurück. Da unten ist er. Du siehst mich schon, ne? Kommst du da hoch? Du verarschst mich gerade. Du kommst nicht hier hoch. Der hat hochgeguckt mit seinen Fühlern. Der hat mich gesehen. Er hat zwar keine roten Augen, aber er hat hochgeguckt. Boah. Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge hole ich euch hier ab. Morgens. Und dann gucken wir, dass wir Wolfgang zusammen machen können. Das müsste der hinten unter dem Platz sein, wenn ich mich nicht täusche. Wenn nicht, ist noch ein zweiter hier. Oder der hat unter dem... Da war ja noch einer unter dem... Hier ist noch einer. Es sind zwei, oder? Da war noch einer unter dem... Ähm... Hier, äh... Ein Geländer. Nicht Geländer. Terrassendings. Da ist er. Habe ich noch eine zweite Fagel? Natürlich nicht. Dann warten wir jetzt hier. Also dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.